Wenn du dieses Video jetzt innerhalb von 3 Sekunden likest, wirst du 69 Jahre lang Glück haben, immer das bekommen, was du dir wünschst und was du möchtest. Außerdem wird morgen früh neben deinem Bett 1 Million Euro liegen. Also probier es aus, lass einen Like da und morgen früh wirst du neben deinem Bett 1 Million Euro finden. Als Dankeschön für euren Support, hau ich für jede 100 Likes auf diesem Video einen modded Account an euch raus. Also bei 100 Likes einen, bei 202, bei 303, bei 1000 Likes verdoppelt sich immer das Ganze. Also bei 1000 Likes gibt es dann nicht 10 Accounts, sondern 20 und bei 2000 nicht 20, sondern 40. Und auf diesem Account habt ihr eben coole gemoddete Outfits und Autos, außerdem 500 Millionen GTA-Dollar und ihr habt halt wie auf einem Unlock All auch alles freigeschaltet. Wenn du daran teilnehmen möchtest, musst du dieses Video einfach nur liken, diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ganz wichtig, du solltest die Benachrichtigung auch auf alle stellen, damit du auch wirklich alle Benachrichtigungen von mir erhältst. Dann solltest du diesen Kanal noch an deine Freunde teilen und in die Kommentare so oft wie möglich deinen PSN, Microsoft oder PC Namen schreiben, mit einer Kontaktmöglichkeit für mich und eben so oft wie möglich reinschreiben, denn so öfter ihr es eben schreibt, umso höher ist dann eure Chance. Bevor wir aber mit dem heutigen Solo-Money geht starten, gehen erstmal Grüße raus an diese Leute. Denn das waren die ersten 5 Leute, die im letzten Video Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare geschrieben haben. Und wenn du auch in einer meiner nächsten Videos gegrüßt werden willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal, aktiviere die Glocke und sei einer der ersten 5 Leuten, die Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare geschrieben haben. Hey Leute, was geht heute? Habe ich einen weiteren Solo-Money Glitch für euch am Start, den jeder von euch machen kann. Dieser Money Glitch ist Solo und geht auf jeder Konsole. Wie gesagt, jeder von euch kann diesen Glitch machen. Und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, ich bin Piero, ihr seid die Piero Army und auf meinem Kanal findet ihr tägliche Videos zu dem Thema GTA Online Tipps & Tricks. Ich zeige euch, wie ihr Geld macht in GTA Online. Durch meine Videos werdet ihr reich werden in GTA Online. Ich zeige euch verschiedenste Money Glitches, Money Methoden, Money Guides, wie ihr viel Geld in GTA Online bekommen könnt. Und wenn es euch gefällt, dann smasht auf jeden Fall den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, um immer auf dem neuesten Stand zu sein und nichts mehr rund um GTA Online zu verpassen. Denn hier findet ihr die besten und einfachsten Glitches, die es gibt. Starten wir jetzt aber mal mit dem Glitch und dafür startet ihr jetzt erstmal den Überlebenskampf Schrott und Knochen. Habt ihr den Überlebenskampf gestartet, müsst ihr euch jetzt zu der gleichen Location begeben, bevor die erste Welle beginnt und zwar zu dieser roten Mauer hier. Einfach drausspringen und dann seid ihr ab diesem Moment unsterblich. Denn immer wenn ihr auf dieser Mauer seid, seid ihr unsterblich. Jetzt müsst ihr aber eine Sache beachten. Sobald ihr von der Mauer runter geht, seid ihr wieder für die Gegner sichtbar, denn sonst sehen euch die Gegner nicht, wenn ihr auf der Mauer steht. Geht ihr jetzt von der Mauer runter, dann seid ihr für die restliche Welle sterblich. Wenn dann die nächste Welle beginnt und ihr wieder, bevor die Welle anfängt, auf die Mauer geht, dann seid ihr wieder unsterblich. Also die meisten NPCs, die campen ja am Ende und die müsst ihr jetzt einfach holen. Da geht ihr einfach ganz kurz am Ende von der Mauer runter, killt die, das hab ich auch gemacht. Und bei der nächsten Welle müsst ihr dann, bevor die Welle losgeht, das ist ganz wichtig, bevor die Welle losgeht, wieder auf die Mauer. Denn wenn ihr es nicht schafft, bevor die Welle startet, seid ihr sterblich und das Ganze funktioniert nicht. Und damit macht ihr wirklich viel Geld, denn wenn ihr unsterblich seid, könnt ihr es ganz easy durchspielen und easy 30.000 Dollar bekommen. Finde ich persönlich richtig cool, ihr könnt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, einfach nur beachten, wenn ihr von der Mauer runter geht, seid ihr für die restliche Zeit der Welle sterblich. Geht ihr dann wieder am Anfang der neuen Welle, wie ihr es gerade im Hintergrund seht, auf die Mauer wieder drauf, seid ihr wieder unsterblich und ihr könnt das Ganze so die ganze Zeit durchspielen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Macht diesen Glitch auf jeden Fall, er ist solo, er geht mega einfach, es gibt glaube ich noch gar keinen so heftig einfachen Glitch. Also wirklich, das ist einfach nur heftig, wie einfach dieser Money Glitch ist. Wenn es euch gefallen hat, smasht den Like-Button. Vielleicht schaffen wir heute auf diesem Video so die 500 Likes, wäre auf jeden Fall heftig. Und wenn es euch gefällt und ihr mehr sehen wollt von mir, von meinem Kanal, dann lasst doch gerne ein Abo da, würde ich mich drüber freuen. Aber jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch auf meinem Kanal sehen wollt. Heute mal wieder ein kurzes Video, ein ganz einfacher Money Glitch. Macht ihn, ihr kriegt easy Geld, easy Money, das ganze Solo. Ich bin raus, haut rein und ciao Leute.